Ein Koffer Wörter Gereimtes und Ungereimtes Das Internet Ich hab es durchgespielt, hat Spaß gemacht Ich hab viel Geld verdient und einiges verloren Freunde, Stolz, verrückte Investoren Habe jede Hipsterkacke mitgemacht Hab sie gefeiert und die Ignoranten ausgelacht Weil besser zwanzigmal zu oft bewegen Als sich früh ins Bett zu legen und den Tod begrüßen Kritisch, klar, zwar Aber mit der miesen Ahnung, dass das alles war Und dann kommt tausend Jahre Gammelei Bis irgendwann ein Kohlenstoffatom aus meinen Nasenhaaren Frei und schon ins All geschleudert wird Wo es Milliarden Jahre durch den Sonnenwind beschleunigt wird Und sich durch Zufall mit zwei Sauerstoffatomen paaren kann Um dann ein Alien zu vergiften Das im lauen Wind des zwölften Zwergplaneten Eines Doppelsternsystems nach Hause driften wollte Und das alles meinetwegen Weil ich mich nicht früher auf die Matte legen wollte Wie es jedes Lebewesen tun Und damit Frieden machen sollte Oder? Draufgeschissen Internet und so War das das Thema? War ganz cool Und wo es WiFi gab War Shopping viel bequemer Hi Matthias hier Freitagabend und die Woche beugt sich einem unrühmlichen Ende entgegen Heute habe ich zum Wochenabschluss einem Fremden in einem Internetforum bewiesen, dass ich Recht habe Und rate mal Das sieht der andere wahrscheinlich ziemlich genau anders herum Wenn ich das doch aber weiß, denkst du schlaue Füchsin jetzt mit gutem Recht Warum lässt du es dann nicht einfach? Und die Antwort ist sonnenklar Weil ich ja eben doch Recht habe Und das Internet hat ein verdammtes Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren Die Wahrheit über mein Recht haben, wohlgemerkt Die Sache selbst ist wenig relevant Ich habe das eigentliche Thema, ehrlich gesagt, schon wieder vergessen Soll ich dir mal erklären, Püppi Wie man Typen wie mich, die sich freitags in solchen Foren über mittelwichtige Themen streiten, auch nennt? Alt Wir Typen sind der Stoff, aus dem die AfD gemacht ist Ja, nee, keine Sorge, ich habe da wenig inhaltliche Berührungspunkte Aber der Spirit ist vielleicht gar nicht so unähnlich Mann, Klammer auf, groß geschrieben und mit zwei N, Klammer zu sitzt vor seinem Computerbildschirm, schaut schnaubend auf einen viel zu langen Meinungsbeitrag in einem viel zu abseitigen Internetforum oder Reddit oder Twitter, just name it und verfasst mit missionarischem Eifer eine noch viel längere und viel abseitigere Antwort auf diesen Beitrag auf das der andere in Sack und Asche zu Kreuze kriechen möge und sich vor der Brillanz dieser Argumentation verneigt Never ever happened, by the way Aber es hilft ja nix Wir Forentypen sind ja irgendwo auch Idealisten und glauben an die Einsichtsfähigkeit der Menschen Denn irgendwann müssen sie doch einsehen, dass wir genial und nur deshalb nie über unseren halbtollen Bürojob hinausgekommen sind Weil das Leben gemein ist und Frau Merkel sich gegen uns verschworen hat Der Typ sitzt auf dem Stuhl und schaukelt, wie ein alter Mann, nur ist er jünger Und der Stuhl ist ergonomisch, dass er länger sitzen und dann Unsinn schreiben kann Und der ist nicht mal komisch Der Typ hat einen Hass auf sich und alles, was man gut verstehen kann Weil dieser Mann ne Wurst ist und ein pralles Konto voller Wunden Seine Eitelkeit seinen Eigen nennt, wie's oft der Fall ist Jener Typ ist offenbar bereit, das ist die Tragik dieses Falles Bis in die Unendlichkeit zu sitzen und zu schreiben und bis zur Unkenntlichkeit zu bleiben Weil er doch das Recht besitzt, das ihm sein überlegenes Geschlecht Direkt ins Hirn gespritzt hat und das muss heraus Das Recht, das Hirn oder Geschlecht? Wahrscheinlich alles Das sieht übel aus und irgendwann dann knallt es Und der Typ tickt aus Ich muss schon sagen, mein lieber Koffer, das war heute ein famoses Fuder Selbsthass, mit dem wir uns und die Welt beglücken durften Ich gebe uns noch zwei Wochen und wir hängen schnaubend an der Deckenlampe und schreien nach Liebe Nun gut, ganz offensichtlich kein Thema mehr für die heutige Folge Denn Liebe ist eins dieser Super Topics, deren detaillierte Dekonstruktion dann doch eine weitere Sonderfolge des Koffers verlangt Nächstes Mal vielleicht Kann sein, dass bis dahin jeder Winkel des Internetzes erglüht vom Schein meiner Wahrheit Und ich mich dann endlich den schönen Dingen des Lebens widmen kann Hoffen wir doch gemeinsam Und bis dahin Tschüss Veronika, Veronika, dein Hang zur munter Monika macht dich so einzigartig Veronika, Veronika, doch leider ist dein Hund, nicht wahr, aus eben diesem Grund nie da Und darum warte ich Alle Westen Schenster Mit